Wunderschönen guten Tag, meine Damen und Herren, zum Mining News Flash auf RohstoffTV mit Trillium Gold, Taraji Gold, Uranium Energy und Orania Resources. Trillium Gold Mines startet ein 8000 Meter umfassendes Bohrprogramm auf dem zu 80% unternehmenseigenen Grundstück Gold Center. Dieses grenzt unmittelbar an die Red Lake Mine von Evolution Mining an. Trillium Gold betreibt das Grundstück Gold Center als 80-20%-iges Joint Venture mit Rupert Resources. Das letzte Bohrprogramm auf dem Grundstück wurde von 2004 bis 2008 von Rupert Resources durchgeführt und konzentrierte sich auf ultratiefe Ziele unter dem südlichen Ende des Grundstücks, wobei die Mineralisierung der Red Lake Mine in Tiefen von unter 3400 Metern durchschnitten wurde. Bis vor kurzem war das Bohrloch RUP 0701C ein rekordverdächtiges tiefes Hartgestein-Diamantbohrloch in 3411 Metern Tiefe. Trillium erhielt die Genehmigung für die Exploration von Gold Center Anfang Februar 2021. Alle verfügbaren historischen Daten auf dem Grundstück wurden zusammengestellt und Bohrziele für die Phase 1 Bohrung definiert. Trillium Gold hat den ehemaligen Projektmanager für die Bohrprogramme von Rupert Resources in den Jahren 2004 bis 2008 engagiert, der die Bohrung beaufsichtigen wird. Gold Center liegt nur 350 Meter von Evolution Minings Untertageerschließung bei der Mine Red Lake entfernt, wo zudem noch ein 100.000 Meter umfassendes Bohrprogramm zur Erkundung der Erweiterung der Lagerschätten Cozernor und Red Lake im Gange ist. Das günstige Balmer-Vulkangestein, das mehrere Goldlagerstände in der benachterten Mine Red Lake beherbergt, wurde im Bohrkanon an der Oberfläche bei Gold Center im Rahmen des geologischen Kartierungsprogramms 2013 identifiziert. Wenn es gelingt nachzuweisen, dass sich diese produktive Goldstruktur auf dem Grundstück Gold Center fortsetzt und Evolution weiter erfolgreich ist, könnte sich das zu einem echten Gewinner für Trillium entwickeln, denn dann wird Evolution dieses Gelände brauchen können. Wir sind gespannt und die Trillium-Aktie ist sehr günstig bewertet dafür und könnte sogar in Zukunft für Übernahmefantasie sorgen. Lassen wir uns überraschen. Tarachi Gold stellte soeben ihr Schneckenbohrprogramm auf dem zu 100% unternehmendseigenen Mühlen- und Tailingsprojekt Magistral in Mexiko fertig. Das Bohrprogramm war Teil der Ressourcenschätzung und der vorläufigen wirtschaftlichen Bewertung der PEA, die von Ausenco Engineering erstellt wurde. Dies ist ein wichtiger Schritt für die Inbetriebnahme der Magistralmühle. Aufgrund von Lieferverzögerungen des aus den USA stammenden Schellbüro-Probennahmensystems traten Verzögerungen ein durch Covid-19. Jedoch wurden die Bohrarbeiten schnell durchgeführt und alle 37 Bohrungen in weniger als drei Wochen fertiggestellt. Die Ergebnisse werden Mitte des Sommers erwartet. Magistral soll bereits in 2022 den Betrieb aufnehmen, um jährlich 15.000 Unzen Gold zu produzieren. Im Juli soll dann die Konzession St. Jaffier mit einem Diamantbohrprogramm exploriert werden, wo man im ersten Bohrprogramm in 2020 fast 12 Gramm Gold pro Tonne über 2 Meter und fast 5,4 Gramm Gold über 5,6 Meter entdeckte. Uranium Energy erhöhte weiter die physischen Uranbestände und Uranaktienbestände. Das Unternehmen hat weitere 200.000 Pfund Uran aus US-Lagerbeständen erworben. Die Initiative von USC für physisches Uran wird vollständig durch Barmittel finanziert und umfasst jetzt 2,305 Millionen Pfund Uran aus US-Lagerbeständen zu einem volumengewichteten Durchschnittspreis von ca. 30 US-Dollar pro Pfund. Mit verschiedenen Lieferterminen bis Juni 2023. Außerdem erwart man weitere 1 Million Stammaktien der Uranium Royalty-Aktie, um die bestehende strategische Eigentümerposition in URC beizubehalten. Das Unternehmen schloss die Zeichnung im Rahmen einer kürzlich von URC abgeschlossenen Board-Deal-Finanzierung ab, die 6,1 Millionen Stammaktien zu einem Preis von 4 Kanadischen Dollar und 10 Cent je Aktie für einen Bruttoerlös von 25 Millionen Kanadischen Dollar umfasste. Nach diesem Abschluss besitzt USC nun 15 Millionen URC-Aktien zu einer durchschnittlichen Kostenbasis von sage und schreibe einem Kanadischen Dollar und 9 Cent. Sehr gut gemacht, Amir. Nach dem Abschluss der letzten Akquisition von physischem Uran und Aktien durch USC verfügt das Unternehmen nun über mehr als 115 Millionen US-Dollar an Barmitteln, Aktien und Lagerbeständen. USC ist extrem gut aufgestellt, um am kommenden Uran-Boom massiv zu profitieren. Urania berichtete eine Entdeckung erhöhter Silber-Zink-Gehalte in einem Aufschluss über eine Strecke von 2,7 Kilometern auf Tyria-Shimpia. Nachfolgende Explorationsarbeiten lieferten zusammen mit der laufenden Entnahme von Schlitzproben aus den an der Oberfläche aufgeschlossenen verärzten Schichten wichtige Informationen über die Verteilung des Gehalts an der Oberfläche innerhalb des 15 Kilometer langen Trends, entlang dessen sich das Silber-Zink-Vorkommen in Tyria-Shimpia befindet. Dieser Trend wurde kürzlich nach der Entdeckung einer 7 Kilometer langen verärzten Zone in Shimpia-North auf insgesamt 22 Kilometer ausgedehnt. Innerhalb der 2,7 Kilometer langen verärzten Zone gibt es ein 500 Meter langes Segment mit hochgradigem Material von bis zu 73 Gramm Silber pro Tonne und bis zu 49 Prozent Zink. Die hochgradige Verärzung ist nach Norden hin offen, wo es eine Aufschlusslage von etwa einem Kilometer gibt. Hinzu kommen nun auch noch Hightech-Metalle in den Tyria-Shimpia-Proben. Laboruntersuchungen zeigten das Vorhandensein der Hightech-Metalle Gallium und Indium in signifikanten Mengen in Gesteinsproben aus dem Zielgebiet. Gallium und Indium können Zink in der Struktur von Svalerit, was Zink-Sulfid-Minerale sind, ersetzen und sulfidische Zinkerze sind eine wichtige Quelle für diese Nebenmetalle. Aufgrund der zunehmenden Verwendung in bestimmten Hightech-Anwendungen wie Smartphones und Solarzellen gewinnen sie schnell an wirtschaftlicher Bedeutung und die Sorge um die Versorgungssicherheit spiegelt sich in ihrer Einstufung als kritische Rohstoffe wider. Gallium wird in Gallium-Arsenid, sogenanntes GAAS, Halbleiter-Chips verwendet und seine einzigartigen Eigenschaften ermöglichen einen schnelleren Durchgang von Elektroden als den herkömmlichen Siliziumchips. Es wird zur Unterstützung von 5G-Technologien verwendet. GAAS, Halbleiter der nächsten Generation, versprechen einen riesigen Markt. Sie werden den bestehenden Halbleitermarkt zwar nicht vollständig ersetzen, aber letztlich eine große Delle in ihn schlagen. Die Fähigkeit, Silizium-Halbleiter zu ersetzen, ein Markt der im Jahr 2020 500 Milliarden Dollar betrug, ist eine interessante Zukunftsentwicklung. Auch für 5G, wie gesagt, werden diese Chips benötigt. Bisher haben die Probennamen auf Tyria Schimpja Höchstwerte von 163 Parts per Million für Gallium und 39 ppm für Indium ergeben. Diese hohen Werte stehen im Zusammenhang mit hohen Silber- und Zinkgehalten in den Gesteinssplitterproben. Man steht hier noch am Anfang, aber es könnte in Zukunft den Wert von Orania massiv nach oben bringen. Das Unternehmen scheint etwas sehr Großem auf der Spur. Lassen wir uns überraschen. Mein Team unter oder ich selbst sind oder können Aktionäre der präsentierten Unternehmen sein und diese sind oder können Teil des SRC Mining Special Situations Certificate sein oder werden. Danke fürs Zuschauen und auf Wiedersehen aus der Schweiz.